Bist du auf der Suche nach Anzeichen dafür, dass dein Hund dich wirklich liebt? Du brauchst nicht weiter zu suchen, denn du findest sie alle in diesem Video. Die gute Nachricht ist, dass unsere hündischen Gefährten offener mit ihren Gefühlen umgehen als unsere katzenartigen Gefährten, sodass es nicht schwer ist, herauszufinden, was sie von dir halten. Es ist wichtig zu wissen, dass jedes Tier eine andere Liebesprache hat, die sich darauf auswirkt, wie es seine Zuneigung ausdrückt. So bringt dir ein Hund vielleicht Geschenke mit, während ein anderer lieber neben dir auf der Couch kuschelt. Und ein anderer lieber runden um dich herum rennt. Wir haben eine Liste mit den 10 wissenschaftlichen Anzeichen zusammengestellt, auf die du achten solltest, damit du ihre Liebessignale leichter entziffern kannst. Nummer 10. Dein Hund sucht körperliche Nähe Das ist wahrscheinlich ein Kinderspiel. Wenn dein Hund es liebt, sich an dich zu kuscheln, ist es wahrscheinlich, dass er dich liebt. Ein guter Hundekuschel kann einen schlechten Tag um einiges besser machen. Wenn dein Hund zu dir kommt und sich an dich kuschelt, solltest du ein gutes Gefühl haben, wenn du mit ihm zusammen bist. Schließlich hatte er die Möglichkeit, überall zu kuscheln und zu schlafen, wo er wollte. Und er hat sich dafür entschieden, bei dir zu sein. Körperliche Zuneigung kann sich positiv auf die Beziehung zu deinem Hund auswirken. Das bedeutet nicht, dass du deinen Hund in den Arm nehmen und in eine Bärenumarmung sperren sollst. Streicheleinheiten, Küsse und vielleicht sogar sanfte Umarmungen sind großartige Möglichkeiten, eine Bindung zu deinem Hund aufzubauen. Eine häufige Art, wie Hunde ihre Liebe körperlich ausdrücken, ist das Reiben ihres Gesichts an ihrem Besitzer. Wenn es um Körperkontakt geht, sind Hunde ähnlich wie Menschen. Sie fühlen sich nur in der Nähe von Menschen wohl, die sie lieben oder bei denen sie sich sicher fühlen. Wenn dein Hund also unbedingt in deiner Nähe sein will, ist das ein gutes Zeichen dafür, dass es sich in deiner Gesellschaft sicher und geborgen fühlt. Die meisten Hunde lieben es, direkt nach dem Füttern zu kuscheln. Wenn sie sehen, wie du ihre Mahlzeiten zubereitest, sind sie begeistert. Dadurch verlieben sie sich wieder in dich. Wenn sie ihre Mahlzeiten beendet haben, sind sie oft sehr verliebt und kuscheln, damit ihre Besitzer das spüren. Nummer 9 Nein, das ist nicht nur deine Einbildung. Wenn dein Hund dich mit diesen großen Welpenaugen ansieht, ist das ein Blick der Liebe. Wenn du jemanden nicht magst, verbringst du wahrscheinlich nicht viel Zeit damit, ihm in die Augen zu schauen. Das gleiche gilt für Hunde. Das Anstarren ist eine Form der Bindung, die sich jeder von uns für die aufhebt, die ihm wichtig sind. Wenn Hunde ihre Besitzer anstarren, schüttet das Gehirn eine Chemikalie namens Oxytocin aus. Das ist die gleiche Chemikalie, die auch menschliche Mütter und Babys ausschütten. Wenn sie sich gegenseitig ansehen. Dieser Stoff wird auch als Liebeshormon bezeichnet und hilft bei der Windung. Experten empfehlen, deinem Hund schon früh beizubringen, Blickkontakt zu halten. Das geht am besten, wenn ihr spielt oder kuschelt. Der Schlüssel dazu ist, einen natürlichen Blickkontakt zu halten. Wenn du versuchst, den Blickkontakt mit deinem Hund zu erzwingen, wird er höchstwahrscheinlich irritiert sein und wegschauen. Nummer 8 Dein Hund verfolgt dich überall hin Einen Hund im Haus zu haben, ist manchmal so, als hätte man einen zweiten Schatten. Wenn dir dein Hund von Raum zu Raum folgt, ist das immer ein gutes Zeichen. Hunde zeigen gerne, dass sie sich um dich kümmern, indem sie nach dir sehen und dich begleiten, wohin du gehst. Du musst etwas richtig machen, wenn dein Hund an dir klebt. Wenn ein Hund dir folgt, bedeutet das, dass er dir vertraut und dich liebt. Egal, ob du es niedlich oder lästig findest, wenn dir ein vierbeiniger Schatten durchs Haus folgt, kannst du dich zumindest damit trösten, dass die Nähe deines Hundes ein Zeichen seiner Liebe ist. Da Hunde Rudeltiere sind, verbringen sie natürlich am liebsten Zeit mit den Menschen, die ihnen am nächsten sind. Aber denke nicht, dass es ein schlechtes Zeichen ist, wenn dein Hund dir nicht immer in die Küche folgt, wenn du von der Couch aufstehst. Manche Hunde sind selbstständiger als andere. Nur weil sie nicht immer an deiner Seite sind, heißt das nicht, dass sie dich nicht lieben. Nummer 7. Dein Hund leckt dich ab. Eine der häufigsten Arten, wie Hunde ihre Liebe und Zuneigung ausdrücken, ist das Ablecken. Das ist eine natürliche Reaktion, die sie als Welpen gelernt haben, als ihre Mutter und ihre Wurfgeschwister sie leckten. Aber mach dir keine Sorgen, wenn dein Hund dich nicht oft leckt. Manche Hunde werden nicht so oft geleckt wie Welpen und andere zeigen ihre Zuneigung lieber auf andere Weise. Nicht jeder mag es, wenn man ihm das Gesicht leckt. Aber das Lecken ist die Version eines Kusses. Und Hunde geben Küsse, wenn sie sich freuen, dich zu sehen oder sich Sorgen um dich machen. Für Hunde ist das Lecken ein ursprüngliches Zeichen der Zuneigung. Hundemütter lecken ihre Welpen, um sie zu pflegen und eine Bindung zu ihnen aufzubauen. Sie genießen das auch, weil ihr Gehirn dabei Endorphine produziert, die sie ruhig und glücklich machen. Nummer 6. Dein Hund schläft neben dir. Du möchtest vielleicht, dass dein Hund die Nacht in der teuren Hundebox verbringt, die du für ihn gekauft hast. Aber alle Hundebesitzer wissen, dass das normalerweise nicht der Fall ist. Irgendwie kuscheln sie am Ende immer direkt neben dir, in deinem Schlafzimmer. Und das ist ein gutes Zeichen dafür, dass sie dich lieben. Hunde wollen von Natur aus ein Teil eines Rudels sein. Das ist ein Überbleibsel ihrer Wolfsvorfahren, die in einem Rudel reisten, jagten und schliefen. Wenn dein Hund in deinem Bett oder zumindest in einem Hundebett in deinem Zimmer schlafen möchte, bedeutet das, dass du zu seinem Rudel gehörst und er nicht von dir getrennt sein möchte. Nummer 5. Dein Hund bringt dir Geschenke mit. Wurdest du schon einmal von deinem Hund mit dem neuesten Lieblingsobjekt an der Tür begrüßt? Das kann ein Stofftier, eine schmutzige Socke oder sogar ein Stock sein, den er gerade draußen gefunden hat. Wenn das der Fall ist, kannst du dich wirklich glücklich schätzen. Wenn dein Hund dir regelmäßig Geschenke bringt, bedeutet das, dass er mit dir spielen möchte. Es könnte auch bedeuten, dass er dir ein Geschenk macht, um dir zu gefallen. Einige Experten glauben, dass dies eine Anspielung auf die Vorfahren der Wölfe ist, die dem Alpha des Rudels die besten Stücke der Jagd brachten, um ihre Loyalität zu zeigen. Wenn dein Hund dir also das nächste Mal ein totes Eichhörnchen bringt, solltest du wissen, dass es aus Liebe zu dir gemacht wurde. Ein aufgerautes Hundespielzeug oder ein totes Tier mag für dich keine große Bedeutung haben, aber für deinen Hund ist es einer seiner wertvollsten Besitztümer. Sie geben dir nicht ohne Grund eines beim Spielen in die Hand. Sie teilen etwas mit dir, das sie glücklich macht, in der Hoffnung, dass du dich dadurch auch einbezogen fühlst. Nummer 4. Dein Hund gähnt mit dir Laut einer Studie gähnen 70% der Hunde, wenn sie ihren Besitzer gähnen sehen. Laut der gleichen Studie ist gähnen auch ein Zeichen von Empathie. Wenn dein Hund also mit dir gähnt, könnte das ein Zeichen von Liebe sein. Manche Experten glauben jedoch, dass es eher ein Zeichen von Trost als von Liebe ist. Was auch immer der Grund dafür ist, eines ist sicher. Es ist ein Zeichen für die emotionale Verbindung zwischen Mensch und Hund. Nummer 3. Dein Hund wedelt mit dem Schwanz um dich herum Jeder weiß, dass ein wedelnder Schwanz bei Hunden normalerweise ein gutes Zeichen ist. Wenn ein Hund mit dem Schwanz wedelt, bedeutet das, dass er glücklich ist. Aber wusstest du, dass dies auch ein Zeichen der Zuneigung zu seinem Besitzer ist? Denn Hunde, die entspannt sind, wedeln eher mit dem Schwanz. Und entspannte Hunde denken eher gut über ihre Besitzer. Nummer 2. Dein Hund stiehlt deine Klamotten So lästig es auch sein, Mark. Es gibt einen Grund, warum dein Hund immer wieder deine Socken, Schuhe und Kleidung in sein Maul stopft und sich dann vor dir versteckt. Sie sind mit einem Geruch bedeckt. Wenn du nicht den ganzen Morgen damit verbringen willst, deine Arbeitskleidung zu suchen, gib deinem Hund doch ein paar deiner alten Kleider. Nummer 1. Dein Hund grüßt dich, wenn du nach Hause kommst Ist es nicht toll, wenn dein Hund dich an der Tür begrüßt, wenn du nach Hause kommst? Es wärmt dir das Herz, wenn dein vierbeiniger Freund jedes Mal zur Tür eilt, wenn er hört, dass du zurückkommst. Du brauchst keine Wissenschaft, um zu verstehen, was dein Hund sagt, wenn er den Happy Dog Dance macht, wenn du von der Arbeit nach Hause kommst. Er ist überglücklich, seinen geliebten Menschen zu sehen, der für ihn das Zentrum seines Universums ist. Die Freudensprünge, das Ablecken des Gesichts und das Schwanzwedeln können beginnen. Also gut, denkst du, dein Hund liebt dich? Lass es uns gerne in den Kommentaren unten wissen. Gib diesem Video unbedingt einen Daumen nach oben und abonniere die Wundersamen für weitere Beiträge. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.